Wie wirkt sich ein transatlantisches Handelsabkommen auf die verschiedenen Sektoren und Branchen in Deutschland aus? Egal in welcher Branche Sie arbeiten, durch ein transatlantisches Freihandelsabkommen würde sich vieles ändern. In unserem letzten Get-Short haben wir gezeigt, dass neben der reinen Absenkung von Zöllen, vor allem die Aufhebung oder Angleichung von Standards und Regularien, den sogenannten nicht-tarifären Handelshemmnissen, zu enormen Wachstums- und Beschäftigungseffekten in den USA und in der EU führen würden. Es kommt also besonders auf diese nicht-tarifären Handelsbarrieren an, die es in nahezu jeder Branche gibt. Hier sehen sich Unternehmen ganz unterschiedlichen Hürden ausgesetzt. Das geht von Einfuhrverboten, zum Beispiel bei frischen Lebensmitteln, verschiedenen Sicherheits- und Qualitätsanforderungen bis hin zu fehlendem gleichberechtigten Zugang zur öffentlichen Ausschreibung. Konkretes Beispiel gefällig? Beim Export von Autos müssen Hersteller momentan neben doppelten Sicherheitsprüfungen auch bei den Bremsen, Lenkungen, Sicherheitsgurten und der Beleuchtung Anpassungen durchführen, um den Standards in dem jeweiligen anderen Land gerecht zu werden. So müssen europäische Hersteller beispielsweise für eine extra gepolsterte Dachunterseite sorgen, weil in Amerika eine Mehrzahl der Menschen ohne Sicherheitsgurt unterwegs ist. Ebenso gibt es unterschiedliche Auflagen für die Krümmung der Außenspiegel. Denn in Amerika sind gekrümmte Spiegel kein Problem, wohingegen sie in Europa verboten sind. Und in Europa ist es Pflicht, dass sich Außenspiegel einklappen lassen. Auch bei der Farbe der Blinker gibt es Auflagen, während er in Europa gelb sein muss, darf er in Amerika auch rot sein. Viele Hindernisse, um ein Fahrzeug ordnungsgemäß zu exportieren. Und diese zusätzliche Arbeit erzeugt natürlich Kosten, die dann auf die Verbraucher übertragen werden und die Produkte so um bis zu 20% verteuern können. Würde es also gelingen, diese Hemmnisse Standards, Regularien anzugleichen oder aufzuheben, würden die Herstellungskosten der jeweiligen Produkte zum Teil deutlich sinken. Dies wiederum führt dann zu niedrigeren Preisen, steigenden Verkäufen und höheren Exporten. Und damit letztendlich zu positiven Wachstums- und Beschäftigungseffekten. Und davon würden auch die Branchen in Deutschland profitieren, die selber vielleicht gar nicht exportieren, aber als Zulieferer oder Dienstleister eng mit diesen exportorientierten Branchen und Unternehmen verbunden sind. Auf diese Weise wirkt sich die wirtschaftliche Dynamik des produzierenden Gewerbes auf die gesamte Volkswirtschaft Deutschlands aus, also auch indirekt auf den Dienstleistungssektor, der dadurch ähnlich stark betroffen ist. Gut, aber schauen wir genauer, wie TTIP auf die Branchen des produzierenden Gewerbes in Deutschland wirken würde, wenn wir nur den dadurch steigenden Handel zwischen Deutschland und den USA betrachten und sonstige Handelsumlenkungseffekte, zum Beispiel innerhalb Europas, ausblenden. Zunächst zeigt sich bei fast allen Branchen ein Handelszuwachs, besonders deutlich bei der Land- und Forstwirtschaft, dem Nahrungsmittelgewerbe und der Metallerzeugung und Verarbeitung, wo Handelszuwächse von über 50% möglich wären. Lediglich der Handel im Textilsektor in Deutschland würde voraussichtlich um bis zu 20% zurückgehen, da hier die USA Wettbewerbsvorteile haben. Allerdings haben Zuwächse im Handel unterschiedliche Auswirkungen auf die tatsächlichen Wertschöpfungseffekte in den verschiedenen Branchen. Inwieweit würde sich also die Wertschöpfung erhöhen und in welchen Branchen entstehen tatsächlich die meisten Arbeitsplätze durch ein Freihandelsabkommen? Hier sehen wir nun ein etwas anderes Bild. Von den insgesamt 160.000 neu entstehenden Arbeitsplätzen in Deutschland würden die meisten in der Elektroindustrie, in der Metallerzeugung und Verarbeitung sowie im Fahrzeug- und Maschinenbau entstehen. Diese Branchen haben aufgrund ihrer hohen internationalen Wettbewerbsfähigkeit bereits ein sehr hohes Exportniveau. Auch die Wertschöpfung und Beschäftigung ist in diesen Industrien in Deutschland entsprechend hoch. Hinzu kommt, dass gerade im Fahrzeug- und Maschinenbau die Produktionsverflechtungen ausgeprägt und Wertschöpfungsketten lang sind. So käme dies dann auch Zulieferern und damit auch kleineren und mittleren Unternehmen zugute. So viel in Kürze zu den sektoralen Effekten eines Freihandelsabkommens. Wenn Sie wissen möchten, wie sich ein Abkommen auf die deutschen Bundesländer auswirken würde, schauen Sie sich doch einfach unsere weiteren Insights zum Thema an. So viel in Kürze zu den Kürze zu den Kürze zu den Kürze.